ich liebe aussichtslose situationen wo man ein bisschen glück haben muss wenn das kann man auch taktisch ende sicher irgendwie retten ich weiß es nicht wahrscheinlich so ungefähr haben wir es ja gemacht oder ich weiß nicht ob es das ob das was bringen wird aber wahrscheinlich stelle ich mal hier hin vielleicht wirst du jagen gegriffen könnte passieren weiß ich nicht jetzt nicht ihr könnt ja schon mal hin rennen aber das ist eine aussichtslose situation da unten lab ist das mit lind zu tun man dann greifen die alfred an ich liebe es nein du bist absolut nicht okay ich glaube die andere die hauptquest ist wahrscheinlich wieder easy mach ich aber keine schutzwand bin ich auch tot habe ich ja bist 급f und dann schauen wir mal her wir sind bis kurz vor um auch auch Was macht man denn hier gegen, ey, Mann? Mach mal so. Machen wir mal so. Er geht hier runter. Na, warte mal. Das ist auch immer das doofe. Wir müssen eigentlich... Warte mal. Eigentlich war das dumm. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Vielleicht ist hier mal ein Rückzug gut. Bei dieser Spielerphase hier. Ne, aber ihr seid ja egal. Ja, jetzt ein Rückzug schlau? Wahrscheinlich, oder? Wer hat denn die stärkste Verteidigung? Resistenz. Resistenz hier, bitte mal. Diamant? Ne, Offred. Oh, Offred. Ja, ne, Offred zählt nicht. Wenn dann sie. Wenn man sie genug heilt. Sie muss einfach mal zurück. Ja, das tust du bitte auch. Oh, Offred. Wieso seid ihr eigentlich alle auch so krass? Ich will doch nur rennen. Ach, Mann. Ja, und die hole ich auch gar nicht her. Weil, jedes Mal, wenn ich die da hinbringe, sterben sie sowieso gleich. Also, die unten. Ich muss nur schaffen, dass irgendwie noch eine Runde überlebt werden kann. Das ist jetzt Ivy erwischt. Das wäre eigentlich, das war der perfekte Schach, aber Ivy muss natürlich sterben. Aus welchen Gründen denn auch immer? Ha! Gut, Ivy stirbt. Ivy hierhin. Ivy nimmt Heilmittel. Patriot hat das hierhin. Na, wer kommt alles hin? Du? Das zählt nicht ganz. Die kommen alle ein bisschen hin dahin eigentlich. Oh Mann, wenn das nicht schief geht. Okay, wer stimmt jetzt? Ich hab euch noch nicht bewegt. Ja stimmt, es stimmt sowieso jemand. Aber zumindest kommt Panett mal langsam wieder hin. Es haben alle überlebt. Das ist ja mal was. Wo ist Lin? Lin ist hier. Was habt ihr da echt alle gegen Ecke gerade? Also echt? Ach Astra, Sturm kommt wieder. Okay. Hast du vielleicht Lust, Ecke mal zu retten? Die Stage ist meines. Ja. Guck mir mal, wie sehr die Stage deine ist. Oh, wenn's ein Astra Sturm ist, okay. Oh Mann. Ich bin hier, um dich zu heilen. Mein werter Pendreo, äh, mein werter Diamond, Diamant. Ich mag diese Mad nicht. Entstanden. Sie ist Abfall. Das ist kein Abfall. Sie ist einfach nur schwer. Drachenhader. Drachenhader. Ja. Gut. Lin haben wir an sich abgeblockt. Perfekt. Das ist für mich jetzt so eine Situation. Das ist perfekt. Gut. Kannst du dich genug heilen? Das ist kein Heilmittel mehr. Das ist auch geil. Jetzt haben wir das nächste Problem. Sehe ich gerade. Irgendjemand gerade mal kurz Elixier für sie. Das reicht ja nicht. Das ist halt das Problem. Das ist, 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 man. Jetzt haben wir das Problem, dass sie halt gleich stirbt. Ja, schön. 21 Leben. Das heißt, sie stirbt jetzt dadurch. Das ist auch geil. Hm. Ah, ja, gut, okay. Dann stirbt sie jetzt dadurch. Das ist auch geil. Weil sie wird Ivy nehmen. Es wird immer Ivy genommen. Tschüss, Ivy. Immer. Immer diese aussichtslose Situation, wo du nichts dagegen machen kannst. Diese, ah, diese Map ist übel. Ja, ich spure schon mal zurück. Habe ich Ivy vorhin nicht geheilt? Ach, war Ivy nicht zum Ei heilen hat eigentlich. Na, wo war Ivy denn vorhin? Ich habe sie als erstes bewegt. Ja, toll. Also, muss ich jetzt mal kurz merken, wie ich alles bewegt habe. Wer wird zurückgegangen? Ach, Ivy wurde von einem Bogenschützen angegriffen. Kann das sein? Nein. Nein. Ah, jetzt soll ich nochmal zurückspulen. Äh, nochmal. Ja, ich... Ach, ne, ich darf nie wieder zurück... Oh, ne, ich vergesse. Ich schaffe die Map nicht. Ich schaffe die Map nicht. Das ist nicht möglich. Ich werde jetzt auf Speichern gehen. Na, ich kann es euch sagen, ich schaffe sie nicht. Chimera, Chef für das hier. Okay, perfekt. Okay, bis dahin passt es ja. Okay. Ähm, weg. Braust ab, Ivy. Auch du haust ab. Du standst vorne hier. Nimmst ein Item, bitte. Wie fand ich eine angeloppte, oder wie haben wir das vorhin gemacht? Nee, oder? Die kam einfach dann her. Ah, das wird doch schon irgendwie gehen, komm. Ach, Mann. Hm. Jetzt hat's jeder erwischt, ist doch klar. Ach, Mann. Ach, diese Map ist einfach nur ein Mist. Warte. Nee, zurück zum Titelbildschirm. Ach, Mann. Ach, das ist auch manchmal so ein Rotz, dass man halt... Das ist dann plötzlich tausend Einheiten, aus dem Nichts kommen. Das waren ja zehn Gegner neben Lynn plötzlich. Ja, das ist ja halt auch eine nette Situation. Ich möchte Hyacinth zurück. Der war zumindest noch irgendwie angenehm. Nein, tut's nicht, du stirbst. Warte mal. Ach, du bist kein Kia-Debt, das ist egal, ja, gut, äh. Ach, warte mal. Ich muss Zeit zurück spulen. Bevor Ivy ein Item verwendet. Du gehst mal bitte in die Nähe von Ivy. Ich glaube, ich bin voller. Ich bin okay. Ach, seid ihr noch nicht so sicher, dass... Was wir diese Map schaffen, dauert es Jahre. Level 19 vor allem. Entschuldigung. Das ist ja wirklich mal... Gut, ich würde sagen, bis dahin passt. Deswegen speichere ich hier auch nochmal alles ab. Da-da-da-da-da-da-da-da. Keine Chance, aber So geht's Die werden so nicht mehr durchkommen So können wir zumindest immer retten Das ist ja schon mal was Gutes Ich weiß nicht, ob du ready bist, Diamant, aber Auf wird es sterben, oder? Rennen Skip Ja, klasse, Diamant stirbt Das Schwertkämpfers übel Ah, okay Die Schutzwand bringt auch nichts Mann, ich schaff die Map nicht Ich schaff sie nicht Ach, Mann, das ist da halt auch wieder so ein Mist Ist das halt Also wirklich, ey Weißt, ihr wisst ja Gegen nichts, gegen Vier Einheiten, fünf Einheiten Was weiß ich Aber zehn Zehn Auf einem Fleck Da kannst du ja vorbereitet sein Wie man, kann man vorbereitet sein, wie man will Aber das ist ja wirklich Das ist ja dämlich Mal gucken, mal gucken, wie wir es jetzt hier machen Einfach nur zur Sicherheit Ich bin mir nicht so sicher Nice, nice Nice, nice Sie wird sterben jetzt So, doch Lab ist auch nicht durch Gut, wow Eine Bogenschütze hat sie ja schon fast getötet Aber sie hat es überlebt Ich nehme es als Speicherpunkt zweimal mit, okay Ja, die Map ist nicht mehr unmöglich Wir schaffen das Man könnte das schaffen Und den Drescht langsam nach vorne Was mir nicht gefällt Sie macht den Astra Sturm Man könnte zwar die Drachenade einsetzen Du hast so einen langen Bogen Du hast einen, oder? Du bist ein kleines Ein kleiner Mist Kärbis Weißt du das? Wenn er da hinkommt Ist auch wieder so eine Scheiße Ich müsste ihn eigentlich erledigen Bringt halt nur nicht viel Wenn ich da jetzt viel kämpfe Vielleicht können wir Ivy retten Bitte mal heilen Ne, ne, heilen reicht Ich bin ein bisschen angeschlagen Ne, warte mal, warte mal, warte mal Wenn sie mit dem blöden Mannikatti gleich herkommt Dann kann ich hier Seid ihr beiden ja sowieso gleich tot Das kann ich vergessen Ich müsste eigentlich weiter rennen Ich müsste einfach weiter nach oben rennen Und das einmal ein bisschen Mal gucken, wie wir das da mal regeln Ablenken, dass die wegkommen Ich beende den Zug Das wird nichts Das stützt jetzt jemand Ach, okay Aber Ivy stirbt Aber die werden jetzt eher sterben Das ist ja das tolle jetzt gerade an der Map Da kann ich lange sitzen Das ist jetzt einfach wirklich Gerade nur so ein krampfhaftes Überleben Das ist krampfhaftes Überleben Ich meine für euch ist sicher sehr spannend Wahrscheinlich mache ich dann eine XXL-Folge draus Das ist einfach Das ist einfach nur eine Qual gerade hier Zehn Einheiten, Mann Und wenn ich es merke Es ist aussichtslos Dann lass ich es auch sein Wie gesagt, ich werde hier Drachenader Das kann doch jetzt nicht der Ernst sein Meine Fresse Nein Ich weiß, wer stirbt Cool Ja, Etty stirbt Weil ich halt falsch Ich hasse es, dass Zugbeenden ganz unten ist Ja, okay 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 Ein fehlgeschlagener Versuch Lin's Map zu schaffen Level 19 Ja, übrigens mal Das kann doch nicht Engage Also wirklich Zehn Leute rausholen Auf einem Fleck Mit Killerin Lin noch in der Nähe Ja, es ist Nenne ich schon teilweise fair Ich meine Es wurde gesagt Dass in den Leuten hier Da ein Einheiten Und ich dachte Das hier Das zählt hier gezeigt vor Und da bin ich mir auch sehr sicher Da kam nichts raus Gut Du kannst gerne weiter fliegen Du kannst hier stehen bleiben Und bist Du bist Ruhe gelassen Hier Ich mag die Show nicht Die du hier spielen willst Ich glaube hier ist sogar einfach Das schlau an Heilmittel einzusetzen Und nicht den Weg abzublocken Weil Ah nö Ich hab gar keinen Bock Hier noch Da Shall we Zu machen Shall we Was du nicht sagst Einfach rennen Zwei Leute greifen hier an Das ist mein Fall, oder? Hier sind schon zwei Einer wird noch angreifen Mal gucken, ob ich hier vielleicht noch irgendwie was retten können Und ihr beiden Keine Ahnung Du kannst gerne auch dahin gehen Wenn der Schlagfeld wird da hinten abspielen Weil das ist ja wahrscheinlich Mal gucken, mal gucken, ob wir was retten können Tatsächlich konnten wir eine Runde überleben Und das da vorne ist Der Magier Lin ist auf dem Weg Und ihr Keine Ahnung Was ihr für ein Problem habt Wirklich Ich bin bereit Vielleicht können wir die Lin Web vielleicht noch irgendwie schaffen Was genau ist Mysterious Ich weiß nicht, ob ihr das überlebt Das überlebt auch nicht Selbst wenn das jetzt hier gut läuft Ich hätte auch speichern können, muss ich ehrlich sagen Aber Lin dürfte jetzt nicht in die Nähe kommen Ich kann glaube ich auch gerade niemanden retten Wo ich sagen muss Was man Clan dorthin bringen könnte Aber zum Beispiel hier hin Dann könnte er sich ja eigentlich auch um die kümmern Vielleicht gar nicht mal so schlecht Mach das mal bitte Der Bogenschütze weg ist Dann ist das schon mal viel angenehmer Und ihr geht auch schon mal nach vorne Weil Lin wird kommen Lin wird kommen Und uns vernichten wollen Okay, du kannst Level 19 werden Sei glücklich Wenn du noch Lin alleine darstellen Dann ist die Map eigentlich geworden Boah, was war denn das Was für eine schreckliche Map Ich habe nichts gegen Verstärkung Wie gesagt, das ist ja Fire Emblem typisch Aber ich rechte noch nicht mit 10 Mit 10 Mit 15 Genau Vielleicht sind sie nicht ganz genau 10 Aber es war trotzdem 10 Da stand ja trotzdem hier Und dann waren hier 2 Und da 2 Das sind ja trotzdem 10 insgesamt Dann konnte der plötzlich auch noch hier laufen Aus irgendwelchen Gründen kann der plötzlich laufen Wie gesagt, das Spiel macht das so oft Ich kann mich nicht erinnern Dass ein Fire Emblem plötzlich gesagt hat Ja, du kannst Die Person kann jetzt plötzlich laufen Nein, das war bis jetzt noch nie so Noch nicht einmal Noch nicht einmal